Stell dir vor, du würdest fürs Faulenzen bezahlt werden. Das heißt, du würdest fürs Nichtstun bezahlt werden, das heißt ohne eigene Arbeit Geld verdienen und sogar im Schlaf passives Einkommen generieren. Nun, das muss kein Traum bleiben, sondern ist tatsächlich möglich. Und zwar werde ich dir in diesem Video mal viele verschiedene Plattformen vorstellen, mit denen du es schaffen kannst, fürs Faulenzen bezahlt zu werden. Und das Ganze funktioniert tatsächlich, denn ich habe es getestet und ich habe die Auszahlung jedes Mal auf mein Konto bekommen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Hätte ich die Methoden aus dem heutigen Video schon früher kennengelernt, beispielsweise während der Schulzeit, wäre ich mit Sicherheit damals reich geworden, denn ich war während der Schulzeit extrem faul und da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Im heutigen Video wirst du extrem viele spannende Methoden kennenlernen, wie du es schaffen kannst, rund um die Uhr Geld zu verdienen. Das heißt, während du wach bist, während du schläfst, während du faulenzt, immer Geld zu verdienen, ohne selbst Arbeit reinstecken zu müssen. Klingt zu gut, um wahr zu sein, ist aber tatsächlich wahr. Schau dir dieses Video jetzt auf jeden Fall bis zum Ende an. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Online-Geld zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben viele verschiedene spannende Wege an, um fürs Faulenzen bezahlt zu werden. Ja, richtig gehört, wie man das schaffen kann, als faule Person Geld zu verdienen. Es wird super spannend. Gebt gerne schon mal einen Daumen hoch für den zweiten Teil und dann geht es auch direkt schon los. PUNS bzw. PUNS App habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und hier gibt es bei dieser App schon weltweit knapp 1,89 Millionen Benutzer. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Das heißt, hier könnt ihr eben ganz einfach passiv Geld verdienen, ohne selbst etwas machen zu müssen. Das heißt, hier muss man die App einfach nur installieren. Das Ganze geht eben auf den PC, auf dem Handy oder auch natürlich auf dem Laptop, Tablet und so weiter und so fort. Und dann kann man eben mit seiner Internetverbindung Geld verdienen. Wie viel genau, das sieht man hier an dem Regler und zwar es kommt natürlich darauf an, wie lange die App läuft. Das Gute ist natürlich, dass man nichts im Hintergrund machen muss. Also man muss nichts aktiv machen, sondern man kann die App einfach im Hintergrund laufen lassen und kann dann hiermit auch die 24 Stunden lang Geld verdienen. Das heißt, man kann das den ganzen Tag lang rund um die Uhr laufen lassen und kann damit schon knapp 96 Euro, also fast 100 Euro pro Monat verdienen, ohne selbst irgendwas machen zu müssen. Das heißt, man muss hier eben sich die App ganz normal downloaden und was natürlich auch wichtig ist hier, das ist alles hundertprozentig sicher. Die Daten sind natürlich hundertprozentig geschützt und auch die Privatsphäre wird natürlich gewährleistet. Und ja, hier könnt ihr direkt dann mit dem Geld verdienen starten. Ihr müsst euch nur anmelden mit dem Link in der Videobeschreibung und dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite. Hier bekommt ihr sogar schon direkt ein Euro einfach mal geschenkt, beziehungsweise bei euch wird die Seite natürlich wahrscheinlich auf Englisch sein. Das heißt, ihr klickt dann einfach auf Claim, ein Euro beziehungsweise ein Dollar, ein Dollar ist ein Euro, klickt ihr dann hier rauf. Und dann könnt ihr euch hier auch direkt schon anmelden, ganz normal mit Facebook, Google Mail oder ganz einfach mit der E-Mail, mit Passwort und dann hier auf Anmelden klicken. Dann müsst ihr eure E-Mail einmal bestätigen und könnt dann auch schon mit dem Geld verdienen starten. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr euch angemeldet habt. Ihr könnt die App dann hier bei euch aktivieren, zum Beispiel für Windows oder für App-Nutzer oder auch als Google Play Download oder direkt als Android Download. Könnt ihr das Ganze hier einfach machen und dann auch direkt laufen lassen. Hier könnt ihr euch das Ganze dann auszahlen lassen. Hier gibt es zahlreiche Optionen, zum Beispiel ganz normal über Paypal, aber auch als Bitcoin Auszahlung, was ich super finde. Oder auch zum Beispiel als Amazon Geschenkgutschein oder als Visa Geschenkgutschein. Also ihr könnt auch hiermit wirklich echtes Geld verdienen und natürlich noch mal ein paar Fragen. Ab wann kann man sich das Ganze auszahlen lassen? Man kann das Ganze eben schon ab 5 Euro auszahlen lassen. Ihr bekommt ja über den Link in der Videobeschreibung schon 1 Euro geschenkt und müsst dann selbst nur noch 4 Euro verdienen, was ihr wirklich innerhalb von 1-2 Tagen verdienen könnt. Dann habt ihr euch direkt schon wieder 5 Euro auf Paypal ausgezahlt. Und ja, das ist natürlich eine 100%ig sichere App, die jeder eben verwenden kann und die ich auch wirklich richtig spannend finde. Und ja, da würde ich mal sagen, geht es jetzt weiter mit der nächsten App. So, dann geht es weiter mit der nächsten Plattform und zwar mit der sogenannten Earn-App. Habe ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, hier könnt ihr auch tatsächlich passiv Geld verdienen, also Geld verdienen, während eure Geräte ruhen. Das heißt, während ihr gar nicht am Handy seid, könnt ihr mit eurem Handy Geld verdienen. Das ist einfach nur super. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr ladet die App runter, habe ich euch natürlich auch verlinkt. Dann installiert euch das Ganze und verdient auch schon Geld, während die App einfach nur im Hintergrund läuft. Und das ist einfach nur super. Wie ihr hiermit starten könnt, ihr klickt dann hier auf Sign up with Google, also mit Google anmelden. Und dann könnt ihr euch auch schon mit eurem Google-Account ganz normal anmelden. Und ja, könnt dann auch schon direkt mit dem Geld verdienen starten. Und auch hier könnt ihr euch das Ganze als echtes Geld aufs Konto auszahlen lassen. So, dann geht es weiter mit einem echten Klassiker und zwar mit der App Handy Geld. Den verwende ich jetzt auch schon seit Jahren. Und hier könnt ihr euch auch ganz einfach ein passives Einkommen aufbauen. Funktioniert wieder ähnlich wie die anderen Plattformen. Und zwar hier ganz einfach die App downloaden und im Hintergrund laufen lassen. Hier kann man auch richtig gutes Geld nebenbei verdienen. Je nachdem, wie viel man eben hier verwendet, beziehungsweise wie viel Gigabyte man eben gibt, bekommt man logischerweise mehr. Und ja, aktuell habe ich hier auch wieder über 200 Euro mit der App verdient. Werde ich euch mal kurz einblenden. So, hier sehen wir das Ganze, meine aktuellen Einnahmen, wieder über 230 Dollar, also über 200 Euro. Und das Ganze kann man dann wieder hier ganz einfach mit einem einzigen Klick auszahlen lassen. Ich habe euch die Seite mal in der Videobeschreibung verlinkt. Dort bekommt ihr einfach mal 5 Euro Bonus einfach so geschenkt, indem ihr hier raufklickt. Dort könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden, die App installieren und direkt passiv Geld verdienen. Eine wahre Methode, um als faule Person Geld zu verdienen. Jetzt gibt es natürlich noch mal eine ganz wichtige Frage. Und zwar kann man es auch schaffen, ohne einen Gewerbe anmelden zu müssen, Geld zu verdienen? Dazu kann ich sagen, ja, diese Methode gibt es. Dabei müsst ihr selbst auch nichts machen, sondern ich übernehme die Arbeit für euch. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, mich zu kopieren und dann könnt ihr somit auch eben als faule Person Geld verdienen. Und zwar funktioniert das Ganze mit der sogenannten Autocopy-Methode. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, werden das Ganze auch schon kennen. Das heißt, hier habe ich euch die Plattform natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr mich mit einem einzigen Klick auf Autocopy kopieren und bekommt dann die genau gleichen Ergebnisse auf eurem Konto gut geschrieben, ohne dass ihr irgendwas selbst machen müsst. Und um zu beweisen, dass das Ganze auch aktuell sehr, sehr gut klappt, zeige ich mal die Ergebnisse von dieser Woche und vom ganzen Monat. Und zwar, hier sehen wir auch schon die aktuellen Einnahmen. Alleine heute haben wir wieder über 4.000 Euro für die Kopierer verdient. Diesen Monat waren es schon insgesamt über 38.000 Euro. Eine absolut geniale Sache. Und wie ihr das Ganze jetzt einfach nachmachen könnt, das zeige ich euch jetzt kurz. Und zwar, ihr meldet euch einfach hier mit dem Link in der Videobeschreibung komplett kostenlos an. Dann klickt ihr dazu einfach hier auf Erste Schritte drauf. Dann öffnet sich schon automatisch die nächste Seite. Hier müsst ihr einfach nur euer Wohnsitzland eingeben. Natürlich Deutschland in den meisten Fällen. Dann hier einfach Nummer, E-Mail, Passwort eingeben. Dann bekommt ihr ein Sicherheitscode zugeschickt. Den müsst ihr einmal eingeben und dann habt ihr schon euer kostenloses Konto. Dann müsst ihr nochmal einen kleinen Test absolvieren, um zu bestätigen, dass ihr auch dafür geeignet seid. Also eine Art Einstellungstest. Bei diesem Test helfe ich euch aber. Und zwar habe ich euch dazu ein Video hier oben rechts oder in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr euer Konto bestätigt habt, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und zwar, dann geht ihr einfach hier in der App Naga auf die Suche und gebt einfach Leon Kramer, also meinen Namen, zusammengeschrieben ein. Hier seht ihr dann auch schon mein Profil. Und dann könnt ihr mich hier mit einem einzigen Klick auf Autokopieren kopieren. Hier sehen wir auch schon die Statistiken. Und zwar hier aktuell richtig gute Gewinne. Und zwar über 79.000 Euro haben wir schon für die Kopierer hier verdient. Und insgesamt hier schon über 16 Millionen verwaltet auf diesem Account. Und ja, pro Trade machen wir hier zwischen 2 bis teilweise sogar 40 Prozent an Gewinn. Und das ist natürlich eine absolut super Sache. Link dazu in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr euch dann kostenlos anmelden und hier auf Autokopieren klicken. Ja, eine super Sache. Test das Ganze auf jeden Fall aus, weil die Anmeldung ist auch komplett kostenlos. Falls ihr Fragen habt zu dem Einstellungstest, klickt einfach auf das Video, was ich hier in der Mitte einblenden werde. Dort erkläre ich das Ganze ganz genau oder schreibt mir einfach eine Nachricht per Instagram oder auch per E-Mail. Und dann würde ich mal sagen, Daumen hoch für dieses Video. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.